DocuWare mit Hauptsitz in Gärmering bei München und den USA bietet Lösungen für Dokumentenmanagement und Workflow-Automation in der Cloud. DocuWare unterstützt heute 15.000 Kunden in über 100 Ländern dabei ihre Arbeit durch Digitalisierung, Automatisierung und Transformation von Schlüsselprozessen zu vereinfachen. Für unser Modul Intelligent Indexing, also intelligentes Indexieren von Dokumenten, möchten wir in der Lage sein, auch nicht nur Rechnungen, also sehr strukturierte Dokumente, sondern auch unstrukturierte Dokumente, zum Beispiel E-Mails, besser zu indexieren. An diesem Use Case sind wir mit der klassischen Herangehensweise, also mit Algorithmen, die zum Beispiel positionsbasiert arbeiten oder auch die, die die Region oder die Kultur des Dokuments identifizieren. Die bringen uns da nicht so viel weiter, weil wir dann die relevanten Schlüsselinformationen im Fließtext einfach nicht finden. Also im Nachgang betrachtet war das ganze Projekt aus unserer Sicht ein voller Erfolg. Was wir uns erhofft haben, war eben so eine Initialzündung, um die Technologie, künstliche Intelligenz, neuronale Netze für uns, für unser Produkt gewinnbringend einzusetzen, um unsere Anwendungsfälle eben noch besser zu lösen oder Fälle zu lösen, an denen wir aktuell mit bisherigen Methoden, mit bisherigen Technologien eben, ich sag mal, gescheitert sind. Ja, also es war eine sehr gute Initialzündung für uns.